Wir sind hier in Düsseldorf im Medienhafen, einem der Architektur-Hotspots in Nordrhein-Westfalen und dort speziell im Float-Gebäude. Mein Name ist Christian Benkelberg, ich bin Vertriebsleiter bei Schüko hier in Düsseldorf und verantwortlich für das Vertriebsgebiet Düsseldorf. Das beinhaltet größte Teile Nordrhein-Westfalens. Die 400 Quadratmeter Fläche, die wir jetzt hier haben im neuen Showroom, bieten uns die Möglichkeit, die Schüko-Welt einfach erlebbar zu machen. Wir haben 14 Großexponate ausgestellt, haben alle unsere Produkte präsentiert. Die erste Resonanz auf den neuen Showroom ist sehr gut. Das Ambiente und die Art und Weise, wie wir hier unsere Produkte präsentieren, kommt sehr gut an. Besonders gut gelungen finde ich die Tatsache, dass wir eben eine Vielzahl technischer Produkte erlebbar und begreifbar machen können hier im Showroom. Das war meinem Team natürlich auch besonders wichtig, die jeden Tag draußen sind, den Architekten beraten, den Bauherren beraten zu individuellen Bauvorhaben, die nun hier die Möglichkeit vorfinden, all die Themen in der Praxis zu zeigen. Mein persönliches Highlight ist die Seamless Integration Schiebeanlage. Zwei Panorama-Design-Schiebeanlagen, eine mechatronisch, eine manuell zu bedienen. Und das Ganze kombiniert mit einer Ganzglasecke auf Basis unserer minimalistischen Pfostenriegel-Konstruktion FES 35. Dicht gefolgt von der Fassade, die wir als Trennung zwischen Showroom und Seminarraum integriert haben, in der wir eine Vielzahl von Möglichkeiten präsentieren zum Thema mechatronische Einsatzelemente, sonnenmaliger Wärmeschutz, Beschattung in hohen Gebäuden. Das war eben jetzt die Kunst, auf relativ kleinen Exponaten möglichst viel Funktionalität unterzubringen. Jeder, der momentan ein Bauvorhaben plant, sollte sich die Zeit nehmen, uns besuchen kommen hier im Showroom Düsseldorf. Wir beraten mehrsprachig und bieten für sämtliche Fragestellungen im neuen Projekt Antworten. Nehmen Sie sich die Zeit, kommen Sie uns besuchen. Wir freuen uns auf Sie.